So Freunde, hier bin ich nochmal, hier ist der Mann der guten Laune und einen kleinen Tipp habe ich, wenn ihr schon mal bei uns seid oder im Schwarzwald oder wo immer ihr auch seid und ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp und ich hoffe, das ist europaweit, weltweit, von mir aus, in allen Sprachen, hoffe ich doch, ist dieses Schild zu Hause und ich zeige euch das mal. Also, leider ist es so, früher gab es das eben nicht, aber ja, wir weisen schon mal drauf hin und ich zeige euch das mal. Also, wie gesagt, jeder kennt es, stoppt dem Diebstahl, bitte keine Wertsachen im Auto lassen. Unsere Natur ist so schön, aber Spitzbuben gibt es halt überall und es wäre schön, wenn die nicht zuschlagen würden oder wollen oder wie auch immer. Ich glaube, schwimmer geht es nicht mehr und schade, dass man darauf immer hinweisen muss, aber trotzdem, wir wollen uns die Laune nicht verderben lassen und es darf nur, sage ich, auch wenn ich hier im T-Shirt stehe, bei minus 10 Grad, oh je, oh je, ich sage, alle, die da draußen irgendwie erkältet sind, gute Besserung und trinkt einen warmen Tee. Kräuter Tee am besten und ich sage, Kräuter Tee macht schön, sieht man an mir, bis dahin, Servus, ich danke dir.